Ja, jetzt sitzen wir hier und haben jede Menge Equipment hier, was du einfach mal hergeholt hast jetzt aus den Schränken, die hier in der Halle sind. Und wir haben vieles, eigentlich haben wir alles, von dem haben wir auch im Training gesehen. Und das allererste, womit wir heute Morgen angefangen sind, ist das Baby eigentlich, oder? Ja, genau. Ja, genau. Erzähl mal. Ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Um den Mädchen so ein bisschen auch das beizubringen, wo sie hinspielen sollen, haben wir versucht, feste Punkte zu finden. Haben das früher erst mit normalen Volleyballen gemacht und haben einfach gemerkt, dass das gar nicht funktioniert hat, der Ball ist weggefallen. Dann sind wir auf die Idee gekommen, so ein Baby zu installieren. Und man sieht da, mit so einem Baby gehen die Spielerinnen ganz anders um. Okay, also man sieht, Baby heißt, es hat ein Gesicht. Genau. Ja, was ist die Zielsetzung? Also das heißt, das ist ja eigentlich ein Störfaktor in dem eigentlichen Spiel. Genau. Und die Zielsetzung ist welche? Es gibt mehrere. Eine Zielsetzung ist halt, dass die gleich sehen, wer das Baby in Hand hat. Beim Gegner? Beim Gegner, dass man den auch direkt anspielt. Und andersrum soll man natürlich auch selber was in der Hand haben und selber versucht, den Spieler zu stören, dass der in seiner Handlung, die er eigentlich macht, eine kurze Ablenkung reinbekommt. Okay. Dauert das lange, bis Sie das hinbekommen? Also bis so ein Spielfluss da ist oder fällt der Ball am Anfang extrem oft runter? Ja, am Anfang fängt man mit Fangen und Werfen einfach an, bis das reinkommt. Und dann geht das eigentlich ziemlich schnell, bis die Mädchen das dann merken, wie schön das auch funktioniert. Ja, tolle Sache. Also schöne Bastelarbeit hier mal. Du hast erzählt, das haben die Spielerinnen gebastelt, oder? Das haben die Spielerinnen gebastelt, genau. Ja, sehr schöne Idee. Das hat die Spielerinnen gebastelt, also ein paar Jahre in der Hand. Vielen Dank.